Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn deine Tür nicht mehr richtig zugeht und du schon wirklich sehr stark dagegen drücken musst, dass sie wirklich einmal einschnappt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unbedingt schauen, dass die Falle, dass dieses bewegbare Teil hier und das entsprechende Schließblech, das befindet sich hier hinten, unbedingt sauber sind. Denn wenn hier zum Beispiel irgendwelche Farbreste drauf sind, verhindert das natürlich, dass die Tür geschlossen wird und diese Farbreste müssten wir unbedingt zuvor entfernen. Danach schauen wir mal, ob der Abstand zwischen Türblatt und Türzarge, das ist der Rahmen hier hinten, überall ungefähr gleich groß ist. Hierfür am besten einmal mit den Fingern überall am Rahmen außen rum greifen, da erkennt man das am besten. Und wenn es nicht passt bei dir zu Hause, kann das das Problem sein, dass die Tür nicht mehr richtig schließt und wir müssen den Abstand hier erst einmal richtig einstellen. Hierfür machen wir die Tür jetzt erst einmal auf, dann gehen wir zu unserem Türblatt, wo der Abstand einfach größer ist. Bei mir ist er also oben größer als unten, da wird er etwas kleiner und dann hier am besten noch, wenn eine Schutzkappe drauf ist, diese erst einmal entfernen. Jetzt am besten einmal den entsprechenden Inbusschlüssel hier vorne in das Loch hineingeben, dort die Schraube gegen den Uhrzeigersinn ganz lösen. Mit einer Hand noch die Tür hier vorne festhalten und dann können wir nämlich diese hier vom Abstand her einstellen. Ich gehe also bei mir etwas weiter hinein, das sollte jetzt auch ungefähr schon passen. Danach die Schraube natürlich wieder mit dem Inbusschlüssel festziehen und schon haben wir den Abstand auch schon richtig eingestellt. Wenn der Abstand bei dir zu Hause eh schon gepasst hat, dann bewirkt so ein einfaches Schmieröl an der Falle hier vorne oftmals auch Wunder. Hierfür jetzt am besten einmal ein Küchentuch unter die Falle geben, dass das Öl auch nicht runterlaufen kann. Mit dem Schmieröl einmal zwei, drei Spritzerchen drauf geben, das sollte reichen. Und jetzt die Falle einfach einmal etwas hin und her bewegen, dass das Schmieröl auch wirklich überall schön einwirken kann. Und wenn das geschehen ist, noch einmal das Küchentuch nehmen und überschüssiges Öl entfernen. Wenn auch dieser Tipp das Problem bei dir nicht gelöst hat, dann schau dir unbedingt einmal dein Schließblech hier vorne an. Es kann nämlich sein, dass du hier unten zum Beispiel irgendwelche kleinen Kratzspuren erkennen kannst, was bedeuten will, dass die Falle von der Höhe her nicht mehr hier genau in das Schließblech hineingeht, sondern zu weit unten ist und somit einfach nicht mehr schließen kann. Das kommt mit der Zeit einfach vor, da sich die Tür natürlich auch über die Jahre immer weiter nach unten setzt und somit die Falle automatisch auch weiter nach unten geht. Eine einfache, aber eher unschöne Variante wäre, dass du hier so eine Pfeile nimmst und mit der Pfeile einfach mal das Schließblech hier unten etwas ausfeilst, sodass die Falle danach wieder schön hineinpasst. Die bessere Variante wäre ganz klar, dass wir unsere Tür einfach ein Stück nach oben anheben und das machen wir jetzt einmal. Hierfür die Tür zuerst einmal aushängen und auf die Seite stellen. Dann einmal den Durchmesser von diesem Dorn bei unserem Türblatt herausfinden, geht am leichtesten mit einem Messschieber. Bei mir sind das jetzt genau 10 Millimeter. Entsprechende Fitschenringe aufsetzen, die sind so ähnlich wie Beilagscheiben und erhöhen einfach die Tür. Dasselbe spielen natürlich auch oben bei unserem Türblatt. Unsere Tür wieder einhängen. Schon haben wir unsere Tür jetzt leicht erhöht und wir können uns insgesamt einmal das Ergebnis anschauen. Mit wenig Druck, die Tür geht zu, geht nicht mehr auf und somit haben wir das Problem auch schon gelöst. Wenn du dir für zu Hause jetzt solche Fitschenringe hier, einen Messschieber, Inbusschlüsselsatz oder vielleicht sogar auch so ein Schmieröl hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.